Guten Morgen, es ist Donnerstag in der Früh. Jetzt werden wir erstmal frische Bio-Eier holen. Ohne Milch, es ist ausgange, denn ich muss mich stärken, heute startet die Aktion mehr Glück für Antenne 1. Und da steht auch schon meine Limousin bereit für diese Aufgabe. Und ich muss hier bei der Fahrerseite einsteigen und da aufmachen, da drüben, weil es ist kaputt, gell? Mein Personal hat es halt noch nicht geschafft zu reparieren. Was für ein tristes Regenwetter. Aber ich sehe das anders. Das ist heute kein vernebelter Tag, sondern ein schöner Tag. Denn mit der Aktion endlich mehr Glück für Hitradio Antine 1, Antine, Kantine 0, Kippenradio Shitkantine 0, habe ich früher immer gesagt. War dumm von mir. Mit dieser Aktion wollen wir endlich mehr Sonne in die Herzen der Menschen streuen. Und jetzt brauche ich erstmal eine Briefmarke und dann gehe ich einkaufen, ja. Aber ich bitte um Verständnis, weil ich kann es nicht filmen, denn es ist ja heutzutage überall Filmverbot. Also, ich sehe das so, da werden die Rechte von Top-Journalisten immer mehr beschnitten. Und mich würde mal interessieren, wer macht eigentlich diese Mediengesetze? Ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Schaut's da drüben. Das ist der Postkasten. Da werfen wir den heute Mittag rein. Aber jetzt erstmal, da drinnen, eine Briefmarke kaufen. Filmverbot. Ich habe die Briefmarke. Ins Glück. La 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 la. Ah ja, komm. Es dauert ja wieder. Mann, Mann, Mann. Schööööön. Schöööön. Ah ja, mit Foto. Ist das Foto nicht ein bisschen klein? Obwohl, man soll sich ja nicht, man soll sich ja nicht wichtiger machen, als man so noch gar nie war. So, das ist also jetzt das Schreiben an Antenne 1. Jetzt kommt es auch gleich nochmal. Aber ich lese euch, ah, ich lese euch das jetzt nicht vor, weil das ist ja sozusagen ein schwebendes Verfahren. Wenn das dann alles schief gegangen ist, dann lese ich das vor. Warum ich diese Mütze aufhabe, naja, man kann ja nicht dauernd unter der Dusche stehen, ja. Und ihr habt da einen Trick, wie die Frauen. Ja klar, ich meine, ich habe auch schon mal eine Frau näher als 10 Meter vor mir gehabt. Ja, ihr Frauen, ich kenne den Trick. Die Frauen haben da nämlich einen ganz einfachen Trick. Wenn Frauen fettige Haare haben und haben ein Date vor der Kamera oder sonst wo, dann machen die sich einfach Zöpfchen. Ihr Luders, ich habe euch durchschaut. So, das Ganze jetzt noch schön einkuvertieren und ab zum Briefkasten. Stimmt, stimmt, da muss ja noch was drauf. Was nehme ich denn, was nehme ich, was nehme ich denn, Bruno Banani. Oh no, nee, das ist zu sehr Ossi, Bruno Banani. Ich habe jetzt eine Unterhose aus dem Ostl. Wie wäre es? CK-1. CK-1 ist gut, ja. Truff auf der Brief. Wo ist er hier? So. Damit, äh. Psst. Oh, das gibt ja so hässliche Fettflecken. Das hätten wir denken können. Gott sei Dank habe ich nur einmal draufgesprüht. Ihr wisst ja, ja. Damit die Sekretärin, die den Brief aufmacht, sich gleich in meinen Körperduft verliebt. Denn ihr wisst ja, entscheidend ist, ob man jemandem Magenmenschen die erste Sekunde per Augen, wenn man ihn sieht, und das zweite dann sofort über die Nase. Daher kommt ja auch der Spruch, den kann ich nicht riechen. Das ist wahr, das ist wissenschaftlich bewiesen. So, der Lett, ab in die Briefkaste. Zah, das gibt es ja gar nicht. Ihr schon wieder hier. Wie macht ihr das denn immer nur, dass ihr immer vor mir da seid? Bin ich hier? Seid ihr schon da? Bin ich woanders? Seid ihr auch schon da? Liege ich allein im Bett? Seid ihr weg? Warum eigentlich? So. Merkt euch, der Busfahrer hat auch gerade schon ganz komisch geguckt, weil ich mit dem Briefkasten spreche. Merkt euch, diesen ehrwürdigen Tag heute. Es ist der 16. März. Ab heute wird die Geschichte des Radios neu geschrieben. Der Busfahrer guckt nicht mehr doof, er läuft weg. Da läuft er. Der doof guckende Busfahrer. Den laden ich gleich in die Show ein. Scheiße, jetzt muss ich wieder auf der anderen Seite einsteigen. Die Frau, die hat auch geguckt. Da läuft so ein Irre, der spricht in so ein rotes Ding rein. Der ist irre. Man sieht halt nicht mehr heutzutage, dass es eine HDTV-Kamera ist. Sieht halt aus wie eine Zigarettenschachtel. Der Irre redet mit seiner Marlboro-Zigarettenschachtel.